Das neue Update in Modern Warfare 2 ist live gegangen und im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr am besten das neue Tempus-Geschütz in Modern Warfare 2 freischalten könnt. Das ist das neue DMR bzw. Marksman Rifle auf Englisch, also diese Waffe hier. Ihr müsst 25 Doppelabschlüsse mit einer DMR machen. Das ist ganz simpel. Ich zeige euch auch die beste Waffe dafür. Momentan ist Tech M sehr, sehr OP. Wurde auch gebufft. Das ist mein Klassen-Setup. Und ich zeige euch ganz kurz, dass die Waffe sehr OP ist. Ihr müsst auch nur einen Headshot geben. Ihr kriegt easy Abschüsse damit. Vor allem die Waffe schießt auch mittlerweile schneller. Das heißt, ihr könnt sehr, sehr schnell zwei Leute oder mehrere Gegner ausschalten. Hier sehr, sehr easy. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Falls ihr nicht irgendwie diese SIB oder SPA mögt, nehmt auf jeden Fall die Tech M. Sehr, sehr OP. Ihr seht es auch. Kaum Recoil. Das ist die Klasse. Ich kann es jedem empfehlen. Genau. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ihr könnt auch die neue Map spielen oder den 10 gegen 10 Modus. Das bietet sich natürlich sehr, sehr an. Weil die Map natürlich sehr groß, ähm, mehrere Lid-Spieler sind. Oder ihr spielt einfach, wo haben wir denn, haben wir Shipments? Momentan Shipments ist wieder raus. Ja, spielt den 10 gegen 10 Modus. Macht's gut, Leute. Ciao.